Es war eine große Ehre. Ich stehe hier in Wuppertal. Und neben mir, es ist der Neil von Erdling. Hallo Freunde. Oh, das ist unglaublich. Wir machen jetzt zusammen die TV of Lost Episodenansagen. Wir wissen nicht, welche Episode es ist. Ich hab gar kein Alkohol gedruckt, aber durch Lalle. Ja, siehst du. Herzlich willkommen zu TV of the Erdling aus Wuppertal. Episode Nummer blenden wir ein. Und zwar... Jetzt. So, was machen denn all die Menschen in meinem Bus? Ich hab den ja auch vergessen hoch zu bedenken. Du hast doch eine Ebene, Tobias. Wir haben doch für dich die obere Ebene ausgebaut mit Wallpool. Sehr gut. Kleinen Kraftraum. Ja, und was noch? Ich hoffe, du hast es auch die Drumkammer gesehen, wo du immer üben kannst. Ja. Und dann ist da ja noch dieser kleine Massageraum, wo... Wie heißt er noch? Dieser John Prutschi oder so ähnlich. Der bietet dann das Massageraum für dich an. Hi, my no... Ähm, my no. Hi, my name is Bo Silks. Welcome to Dump Ass. I love you. Oh, es ist Tobias Mertens Musik. Der ist in's bed. Der ist schon mit... Mit Karten. Oh, wow. Oh, wow. Oh, man, Stuma. Oh. Oh. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh. Oh, wow. Oh, man. Wolltest du ein bisschen was zu Wuppertal erzählen? In Wuppertal war die Herren-Boutique, da muss ich unbedingt hin. Die was Boutique? Die Herren-Boutique. Herren? Die Herren-Boutique am Herrn Lindemann mit dem Papst und so. Aha. Hello. Nee. Ich bin Tobias Merz, ich weiß nichts. Du bist einfach zu jung. Ja ne, ich bin auch generell einfach ein bisschen limitiert. Oh. Dude. Gross. Gross. Welcome to TV I've lost Kenny. Ja. To be him. Ja. So sieht das aus, wie unser Instagram wieder machen. Bestechend schön, oder? Bestechend schön. Mein Name ist Chris Harms. Und der Name ist Pukram. Sie sind Tobias Mertens. Oh ja. Und Sie sehen gerade, wenn Sie nicht Tobias Mertens sind, die Welt durch Tobias Mertens Augen. Hahahaha. So. Da haben wir den Pi. Wer kennt denn schon den Pi? Keiner kennt den Pi, ne? Bist du schon mal in einer TV I've lost Episode aufgetaucht? Nein, ne? Nein. Hallo, stell dich mal kurz vor. Wenn du magst. Möchtest du bei TV I've lost auftauchen? Musst nämlich. Ich muss nämlich. Ist in Ordnung. Äh, ja. Ich bin der Pi. Ja. Ich bin das erste Mal dabei. Ich bin ganz neu. Cool. Was machst du? Ich bin Backliner und dann auch, wenn man Gitarren tagt, weil der Christopher abhaut. Nach vier Tagen. Was heißt abhauen? Für immer? Ne. Gut. Puh, Glück gehabt, ne? Ja. Aber wir gehen auch davon aus, dass du jetzt immer dabei bist. Also nicht nur für Christoph, sondern auch generell, ne? Ja, gern. Das wäre auch was. Da wäre ich gern dabei. Ja, ne? Ja, ja. Ja, Oski, was machst du denn sonst so in deinem Leben? Ich, äh, studiere noch. Cool, was denn? Ich bin, ich war, äh, ne, ich war nicht duzentig. Ich war Student von dem Herrn Chris. Ja. Und da studiere ich auch noch am SAE. Cool. Cool Scheiße. Danke erstmal. Bitte, ne? Achso, wen findest du am coolsten aus der Band? Äh. Alter. Sehr gut. Ihr seht's, ich bin der coolste. Chris Harms. Ja. Wie fühlt sich das so an? Na, ich stehe hier im Einlass, schlechtes Wetter. Warte, bis wir rein dürfen. Und dann werde ich ganz schnell laufen, damit ich in die erste Reihe komme. Meine Konkurrenten sind hier, hier, hier. Die werden nämlich auch alle versuchen, in die erste Reihe zu kommen. Ja. Und das wird ein harter, sehr harter Hopskampf. Wo sitzt Tobias Mertens? Tobias Mertens sitzt auf dem Thron. Ja. Hinten. Und, ähm... Wie heißt ihr denn? Wie schön. Claudius. Hör, also ihr müsst schon wissen, dass wir nachher, ähm, das Harz grünen werden. Okay. Mach mal. Aber nicht treten. Und du? No. Machst du noch Weiß? Ja. Achst du Weiß, magst du. Aber nicht unten hoch. Okay? Okay. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Im Wuppertal, wo hoffentlich nicht wie 2011 auf Tour mit Bodo Ich, der Feuerladen losgeht, soll ich noch lauter? Und wir wieder auf der Treppe draußen stehen müssen! Das war Scheiße! Scheiße, Tobi, Scheiße! Ja, BusX machst du hier auf Business oder was? Ja, Mann. Bist du Business? Ja, das ist hier, www.business.com, Haspa.de Ohne Überweisen! Krass! So! Überwiesen! Wow! Weißt du, hab ich jetzt so separat auf dem Paypal-Konto. One, two, Gaffa! Gaffa Finger! Gaffa! Gaffa! Gaffa Mega! Fünf, 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 F Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hurra! Gutschi! 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 Die Gitarren, die können nicht repariert werden, Zuschauer. Scheiße! Die sind kaputt! Offen, geschlossen, abschneiden. Jungs, sag doch mal was! Ja, vielleicht offen oder abschneiden. Oder beides? Ja, beides. Kannst du dich offen abschneiden? Ja, ich bin offen für alles. Mach doch mal einen Side-Cut. Ja, einen Side-Cut? Ich kriege da so gern dran. Also, wenn ich mir schon pinke Böhnenklarotten anziehen muss, dann stecke ich mir aber auch Blumen ins Haar auf den Prinzessin Babypink. Das ist eine gute Idee! Batterie ist alle!